Ihr habt gesehen, du läufst ja so verzweifelt hoch. Kann man dir helfen? Ja, also, wie du vielleicht mich angucken kannst. Ich hab kein Gesicht! Genau, also am besten einmal ein Royal Egg. Das hast du bestimmt, richtig? Ein Royal Egg? Ja, genau. Okay, ja. Okay, der Handel war erfolgreich. Ja, perfekt. Ich seh mein Face noch nicht. Ich seh mein Gesicht noch nicht. Das kommt gleich noch. Du bist Jenna? Ich bin Jenna! Hey Leute, was geht? Papa Donny hier. Und, äh, ja, wie ihr wisst, wie einige es schon mitbekommen haben, ich hab kein Gesicht mehr in Adopt.me. Und ich weiß auch nicht mehr, wieso. Also, ja, keine Ahnung. Also, mein Gesicht ist einfach weg und das ist das Problem. Das ist echt doof. Weil, wenn ich jetzt halt Leute kennenlerne und die sehen mein Gesicht nicht, dann denken die sich so, ja, okay, kann man dir überhaupt vertrauen oder kann man dir nicht vertrauen? Und das ist halt mega doof. Und irgendwie ist es jetzt schon länger so, dass ich kein Gesicht habe. Und jetzt, ja, das ist so richtig doof. Und ich meine, das macht dann auch ein bisschen weniger Spaß zu spielen hier, äh, oder in Adopt.me City auch rumzulaufen. Und, ähm, ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß auch gar nicht, ob ich der Einzige bin oder ob es noch mehr Leute davon gibt, die das, die auch sowas, äh, denen das auch passiert ist. Und, ähm, ja, ich, ich such erstmal Elli. Vielleicht weiß ja, weiß ja Elli da ein bisschen mehr. Schau mal kurz in der Nachbarschaft. Ich setz mich mal in mein superschnelles Auto. Zum Glück kann ich auch ohne Gesicht, äh, gut sehen und weiß genau, wo ich hinfahren muss. Aber es macht mich auf jeden Fall nicht zum besseren Fahrer. Oder? Oh, doch, ja. Ja, okay, aber, okay, Elli ist hier, okay, Ellis Haus kann ich nicht sehen, das heißt, sie ist hier wahrscheinlich nicht, ja, okay, wahrscheinlich ist sie nicht gerade in Nachbarschaft unterwegs. Ah, Mann, okay, ja, schade. Dann, dann, ja, dann, was bleibt mir noch anderes übrig? Ja, okay, es bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als außer meinen, die, in die City zu fahren und dort mal nach, ähm, äh, noch nach jemanden zu suchen, dem vielleicht, der da vielleicht das gleiche Problem hat wie ich. Weil, ich meine, ohne Face, das ist irgendwie ziemlich doof, aber ich merke auch gerade, dass hier gar nicht so viel los ist. Also, ich lasse mal, mein Auto packe ich mal wieder ein, sag ich mal hier über diese Brücke und ich merke, also wirklich hier ist, ah, da, okay, da ist, da ist wieder was los. Ja, hier sind ganz viele jetzt. Okay, aber ich sehe, jeder hat ein Face, bis auf ich. Hä, warum das denn? Was ist denn hier passiert? Also, also, wieso, hallo, kann mir jemand helfen, kann mir jemand sagen, warum ihr alle Face habt und ich nicht? Ja, okay, nein, also, es reagiert keiner, die sind alle hier am Traden, okay, na klar, also, ich glaube mich, ich weiß nicht, ob mich das auch wirklich interessieren würde, ob, äh, jemand ohne Gesicht da rumlaufen würde, weil, viele machen das ja auch extra, ohne Gesicht rumzulaufen, aber ich nicht. Ich will eigentlich schon ein Face haben und hier, nein, Mann. Okay, schade, hm, okay, ich gucke mal hier vielleicht auf dem Spielplatz ist vielleicht jemand, der irgendwie da ist, aber, ne, auf dem Spielplatz ist auch keiner. Oh Mann, das ist so, das ist so, ich weiß ja wirklich gar nicht mehr, was ich machen soll. Oh Mann, okay, hier bei den, bei den neuen, wundert mich eigentlich, dass bei den neuen Lunapads eigentlich keiner hier an den Buchsen steht und die Buchsen kauft. Also, vor allem, das Event, das geht nur noch ein paar Tage, aber, ne, okay, gibt es nicht, okay, hier und, oh Mann, ich finde hier auch niemanden, der mir irgendwie helfen kann. Hm, na gut, dann. Dann schaue ich nochmal auf die Adopt-Me-Inseln, in die Mitte, aber hier, ja, alle wollen nur traden, traden, traden und, oh Mann, das ist jetzt, ich glaube, hier kann mir wirklich einfach keiner helfen. Ja, okay, ich warte dann einfach, bis Elli, wisst ihr was, ich fahre jetzt einfach nach Hause, warte bis, äh, bis ich Elli finde und dann können wir vielleicht, äh, das Gleiche, äh, dann können wir es vielleicht umändern, aber, ähm, ja, ich gucke einfach mal. Hallo? Hallo? Äh, ja, ja, hallo, wer ist da? Wo? Ah, da. Da. Hi. Ihr habt gesehen, du läufst ja so verzweifelt rum, kann man dir helfen? Äh, ja, also, wie du vielleicht mich angucken kannst, ich hab kein Gesicht, also, mein Gesicht ist weg. Ja, äh, das kenn ich, das Gleiche ist mir auch schon, äh, mal passiert. Äh, wirklich? Ja. Wie hast du das dann, wie hast du das dann, wie hast du das dann geändert, oder wie hast du zurückgehend gemacht, kannst du mir bitte sagen, weil ich lauf jetzt schon so lange rum und ich war auch auf der Adopt-Me-City-Insel und keiner konnte mir helfen und keiner hat sich wirklich für mich interessiert. Das ist gar nicht mal so schwer. Ja, klar, ich kann dir helfen. Also, es ist so, also, mir ist das halt auch schon mal passiert und, äh, es geht halt so ein Gerücht rum, dass das, äh, du hast bestimmt schon mal von dieser Hackerin Jenna gehört, oder? Hackerin Jenna? Nee, sagt mir gar nichts. Also, ist egal, ähm, äh, halb so wild, genau, und da geht so ein Gerücht rum, dass die das war. Ach so, nein, ich wurde gehackt? Ja, ich dachte, ich dachte, es wurde gehackt. Aber halb so wild, also... Oh Mann, kann ich meine Türen abschließen, damit ich nicht mehr gehackt werde, oder wie geht das? Halb so wild, mir ist das, das, nee, das bringt leider gar nichts, mir ist das auch schon passiert und mein Gesicht war auch weg, aber ich kann dir verraten, äh, wieder... Aber du hast jetzt wieder ein Gesicht. Genau, ich kann dir verraten, wie du es wieder hinkriegst, wenn du willst. Okay, äh, 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 noch mal, noch mal, Entschuldigung, noch mal neu, noch mal neu, noch mal neu, du heißt Nelly? Ja genau, ich heiß Nelly. Okay, äh, okay, gut. Äh, hallo, genau. Hi, ich bin Papa Donny. Hallo Donny, genau, ich kann dir verraten, wie das geht, wenn du willst. Papa Donny. Hallo Papa Donny, also ich kann dir verraten, wie das geht, okay? Ähm, das ist eigentlich, also, äh, man, man munkelt, es wird vermutlich gesagt, dass das die Hackerin Jenna war und, ähm, das funktioniert durch traden, das hat bei mir auch so geklappt, Also ich hab, äh, ja genau Ich hab Pets getradet und, äh, somit Hab ich mein Gesicht wieder gekriegt Also, das ist ganz einfach, am besten probierst du das bei mir Mhm Okay, okay, oh, schau mal, da läuft noch einer ohne Gesicht rum Oh, der wurde auch Gehackt, ey, okay, äh Äh, äh, Nelly, komm mal hier lieber Weg von der Straße, äh, müssen wir ein bisschen aufpassen Okay, äh Ja, dann stellen wir uns einfach mal hier hin Also, das ist ganz einfach, du musst mir nur, ähm Okay Ich muss dir, was? Okay Genau, du musst mir jetzt einfach, äh, was traden Ähm, fang, ach, Mann, geh weg So, genau, also Das ist ganz einfach, pass auf, ähm, am besten Fangen wir an mit dem Royal Egg Oh, okay, also Okay, ich, äh, ich, äh, handeln, ne? Genau Okay, äh, ich hab dir jetzt eine, äh, Handelsanfrage Geschickt Genau, am besten, am besten machen wir es so Okay Ja, wie? Ähm, genau, also am besten einmal ein, ein Royal Egg Das hast du bestimmt Ein Royal Egg? Ja, genau Äh, ja, also Das muss ein Royal Egg sein Es muss, okay Also, wenn ich da von meinem Face wieder bekomme Genau, aber, aber das war's noch nicht Äh, das Royal Egg und Okay, okay Ja, am besten ein Music Pack Also, das muss wirklich legendär sein Okay Äh, was für ein Zufall, dass ich das auch habe Ja Ja, okay Voll der Zufall Okay, gut, dann gebe ich dir mein Goldhorn Ich glaube, das ist das einzige legendäre Pack, was ich habe Cool, ja Ähm, aber, äh, äh, da, äh, da, da musst du noch ein, ein, äh, Flugpad Das muss auch noch mit bei sein Ein Flugpad einwüvern oder Ja, zum Beispiel, genau Am besten einwüvern, das wäre super Okay Ja, aber es kann gar nicht fliegen, das Wüvern Es hat zwar Flügel, aber es kann nicht fliegen Äh, ist egal Ah, okay Genau, und dann Das war's leider noch nicht, weil ich weiß, es ist blöd, aber Ich musste auch, äh, einige Pads, äh, 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 traden dafür Ähm, ein Neonpad noch Ein Neonpad auch noch Ah, ja, okay, dann Uff, Neonpad, ja, okay, welches gebe ich denn? Ich glaube, dann gebe ich mein Mein Seahorse, okay Ah, das ist gut Äh, genau Und, okay, ein Haken hat die Sache noch Weil die anderen Felder müssen halt auch komplett ausgefützt werden Also wir brauchen insgesamt neun Und deswegen, ähm, die müsstest du ausfüllen mit, äh, Royal Eggs Mit Royal Eggs? Genau, das, wie gesagt, das musste ich auch alles machen Aber dann hatte ich mein Gesicht wieder Denk an dein Gesicht Papadone, du willst doch dein Gesicht wieder haben Also, äh, ich habe jetzt hier Äh, okay, ich habe jetzt zum Glück noch ein paar Royal Eggs Aber das war das letzte Royal Egg, das ich habe Geht das noch irgendwie anders? Du willst doch dein Gesicht wieder haben, Papadone, oder? Ja, ich habe keine, ich habe keine Royal Eggs mehr Ich, das letzte Ich hatte noch ein, äh, ich hatte noch ein mystisches Okay, dann, dann nimm das Das ist auch gut, genau Okay Okay, alles klar Genau, richtig Oh Mann Und du hast gesagt, das funktioniert dann? Ja, das funktioniert auf jeden Fall Danke Oh, ich habe das jetzt Okay, gut Und, und wir können es ja wieder zurücktauschen Ich meine, sobald ich mein Face wieder habe, können wir es wieder zurücktauschen, oder nicht? Ja, bestimmt Äh, okay, ich kann das jetzt bestätigen Okay, ja, äh, ja, ich beschädige das jetzt auch Okay, ja, okay, der Handel war erfolgreich Aber, ich sehe, ich sehe mein Face noch nicht Ich sehe mein Gesicht noch nicht Äh, das, 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 äh, das kommt gleich noch Okay, und wann kommt das denn? Also, das ist jetzt hier irgendwie Hä, okay Muss ich vielleicht nochmal auf, äh, auf Putzen sich heraus Und mein Gesicht, äh, vielleicht irgendwie Erstmal irgendeins sehen Genau Das, das geht nicht Hä, wieso lachst du denn jetzt so? Ich gehe nicht Red dich doch mal um Äh, ja Papa Donnie, ich bin nicht, ich bin nicht Nelly Du bist Jenna? Ich bin Jenna Danke für die Gäste Oh nein Oh nein, du bist Jenna Oh Mann Und auch bei dir habe ich es geschafft Wie bei allen anderen auch Oh nein Bye Und da ist noch jemand ohne Face Nein Jenna, die Hacker hat uns gehackt Danke, bye Und auch noch gescammt Jenna, nein Gib mir meine Pads wieder Jenna Oh Mann, nein Leute Jenna hat mich gescammt Und hier auch noch jemanden Oh oh Also, das ist jetzt Das ist jetzt ganz, ganz komisch Das ist, das ist richtig doof gelaufen Oh oh Ich habe jetzt meine, meine besten Pads verloren Und auch noch Royal X und Music X Oh nein, ich muss sofort zu Ellie und ihr das sagen Nicht, dass ihr das gleiche passiert wie mir Oh nein Jetzt müssen wir schauen Oh nein Ich bin